Wir wollen die Gleichung jeweils mit Strecken veranschaulichen und lösen. Wir stellen uns vor, dass die Zahlen und die Variable x Längen von Strecken in Zentimeter sind. Wir überlegen nun, was die Gleichung jeweils anschaulich bedeutet. Beginnen wir mit Aufgabe a. Die Gleichung x plus 2,7 ist 14,1. Was bedeutet es? Eine x Zentimeter lange Strecke wird um 2,7 Zentimeter verlängert. Dabei entsteht eine 14,1 Zentimeter lange Strecke. Schauen wir uns das mit Hilfe einer Skizze grafisch an. Eine Länge x wird um 2,7 Zentimeter verlängert. Wir machen nur eine Skizze. Deshalb ist es nicht wirklich in der richtigen Einheit. Zusammen ergeben die beiden eine Strecke, die 14,1 Zentimeter lang ist. Wir sehen nun also, wie wir die Länge der Strecke x berechnen können. x ist gleich 14,1 minus 2,7. Denn ziehen wir von der 14,1 Zentimeter langen Strecke die Strecke 2,7 ab, erhalten wir x. x ist damit 11,4. Die Lösung der Gleichung lautet also 11,4. Gehen wir nun zur Aufgabe b. 12,3 minus x ist 5. Überlegen wir auch hier mit Hilfe von Strecken. Die Gleichung sagt aus, dass eine 12,3 Zentimeter lange Strecke um x Zentimeter verkürzt wird. Dabei entsteht eine 5 Zentimeter lange Strecke. Stellen wir auch das grafisch dar. Eine 12,3 Zentimeter lange Strecke wird um x Zentimeter verkürzt. Übrig bleibt dann eine 5 Zentimeter lange Strecke. Um die Länge der Strecke x zu berechnen, sehen wir, müssen wir von der 12,3 Zentimeter langen Strecke eine 5 Zentimeter lange Strecke abziehen. x ist also 12,3 minus 5. x ist gleich 7,3. Die Lösung der Gleichung ist also x gleich 7,3. Wir könnten diese beiden Skizzen natürlich auch in den richtigen Einheiten machen. Dann könnten wir die Länge der Strecke x hier zur Kontrolle auch nachmessen. Koroshima, 3,2 Zentimeter. Wir könnten diese beiden Skizzen natürlich auch in den excuseren Dr. Geschenko andecken. Wir könnten die D 코너�